Hey Leute, ich bin's wieder. Kleine Mysterious Case Session. Mal schauen, was haben wir da rein? Machen wir mal den 80er. Gucken wir mal, was geht. Habe ich noch nie gezeigt, das Spiel glaube ich. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen an. Mysterious Case, viel Spaß. Nebenbei natürlich immer wieder der Blood Eye mit am Start, ihr wisst es. Mein Lieblingsgerät. Was gibt es bei Mysterious Case eigentlich? Da gibt es die Scatter. Der Wald für alles, außer Wertet Freispiele auf. Und hier buchen wir wieder meine Multis. Was gibt es bei der Machen? Oh wow. Musik Schaut die Leute, schauen wir mal, vielleicht kommen ja die Gläser noch mal rein Mehr oder was Musik Musik Schade So ein Rechshund, ne? Oh, Freispiele Musik Batterie 18? Natürlich nicht Leute, immer ist nahe Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schade Leute, der Mysterious hat verkackt Das spielen wir auch selten Machen wir heute mal den... Wo ist denn das mit den... King of the Jungle auch ganz selten Komm, hau mal das Geld, ballern mal das Geld da weg King of the Jungle Mal 80 weiter bei Kida da was Ja, 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 ja... Untertitelung. BR 2018 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 Endlich den auch mal wieder geballert, Leute. Kommt selten vor bei mir, aber habe ich jetzt gerade mal geschafft. Untertitelung. BR 2018 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 Lassen wir uns mal überraschen Freunde, dann geht ja was. Oh, die geblockten Wilds reinfährt. Das ist immer so eine Sache. Geblockte Wilds, die Spiele, da kommt oft gar nichts. Wenn die Blöcke halt nicht kommen. Na ja, weil ihr wartet, das Endspiel gibt es ja mal einen kleinen Zuschauer, Freunde. Schauen wir uns das letzte Spiel noch an, dann machen wir Schluss. Lasst ein Abo, Like da, Spielvorschläge machen. Dann haben wir wieder was die Geld generiert. 52 Euro mit 80 Cent. Na ja. Alles klar Leute, macht es gut, man sieht sich.